Hallo, wir wollten euch die Finca Lianja zeigen. Wir haben hier fünf, das heißt meine Frau, ich, unsere beiden Jungs und die Oma eine sehr schöne Woche gekauft. Das Haus hat drei Terrassen und zu jeder Tageszeit konnten wir eine andere uns aussuchen. Wir sind bei unserer Ankunft sehr nett empfangen worden. Uns wurde alles erklärt und alles gezeigt. Getrunken ins Haus, wenn man günstig einkaufen kann, spätabends noch. Auch während des Aufenthalts war die Betreuung sehr, sehr toll und sehr entgegenkommend. Man kann hier tolle Sachen machen, also morgens in den Pool springen, mittags etwas grillen, dann den Schildkröten im Garten zugucken, denn hier krabbeln drei Schildkröten durch den Garten. Eine Partie Bullen hinterm Haus spielen, es ist nahe zu den Stränden, nahe zu den Einkaufsmöglichkeiten. Das alles könnt ihr auch erleben in der Finca Lianja hier. Finca Jorca. Urlaub dir was.